Das ist wunderschön, nicht wahr? Ja, ich kann es kaum glauben. Das ist unser neuer Proberaum. Den haben wir ganz alleine gebaut. Das stinkt noch immer. Nach deinem Popo. Schole? Ja? Kannst du bitte erzählen, was wir hier sind? Wo wir hier sind? Wir sind hier im Proberaum von Erwitt, auf dem Lande. Ja. Und haben schon den schönsten Proberaum der Welt jetzt. Richtig. Wir haben nicht nur wunderschöne Teppichbücher, wunderschöne Vorhänge, wunderschöne Gitarristen, wunderschöne Gitarren, eine Disco-Kugel, ein Regal, ein Tisch. Und, und? Natürlich nicht Ikea, sondern von Inter Lübcke. Für 4000 Euro. Weil, wenn wir dann investieren, dann auch richtig, wichtig ein Hinweis, dass auf diesem Stoff ein Avid Patch, Bügelpatch klebt, den man auch käuflich in Online-Shop unter www.avid-music.de-shop erwerben kann. Ohne Werbung kannst du auch nicht leben, ne? Richtig. Unglaublich. Seitdem ich Proactive benutze, ist meine Haut wie ein Kinderpupo. Und hier, jetzt kommt es. Wow. Ein Schlagzeug. Goll. Jetzt haben wir Scholles Wunsch erfüllt. Setz dich einmal wieder noch auf die Couch. Ja. Das ist die Besetzungscouch. Richtig. So, und wer Lust hat, mal bei unserer Probe zuzugucken? Der sieht dann so aus wie wir jetzt. Richtig. So, ich zoome schnell raus, effektmäßig. Alter, immer mal den Schlagzeug nicht kaputt. So, wunderschön. Ja, sollen wir jetzt noch ein Outro machen oder einfach soll ich einfach mal ausmachen? Tschüss. Ihr müsst mitmachen.